So, wir starten einfach direkt, weil wir müssen mal ein bisschen weiterkommen mit Jagged Alliance 3. Es war ja die Tage ein bisschen höher geworden. Gestern war ich auch nicht so aktiv abends. Und da mussten wir heute mal ein bisschen mehr machen. Vor allem dann haben wir nach hinten raus noch Zeit in Xenonaut 2 wieder reinzugucken, damit es da auch weitergeht. Weil wir haben ja einige Releases wieder, die jetzt kommen werden. Und bis Baldur's Gate 3 rauskommt, was ja auch schon bald ist. Mal gucken. Ja, zwei Wochen ab heute glaube ich circa. Ja, Pi mal Daumen. Zwei Wochen und einen Tag. Bis dahin muss ich so viel Zeit freigeschaufelt haben, dass ich mich komplett auf Baldur's Gate 3 konzentrieren kann und da meinen dämonischen Herrscher nach oben treibe. Haben neue Nachbarn keine französischen Dongen oder Möpse? Meine neuen Nachbarn hier haben alle keine Haustiere. Außer wenn höchstens mal eine Katze. So. Willst du dich den Serienmörder spielen? Äh, wir gucken einfach mal. Baldur's Gate 3 will sehr offen sein von der Geschichte. Ich schaue mal, was mich am meisten anspricht. Ähm, wir sind ja von den Gebieten im Moment ziemlich safe. Weil ich ja mit dem, ähm, mit dem Raider sehr viel, der hat auch schon wieder, der war auf 25 glaube ich, Führung, hat wieder zwei Punkte dazu bekommen. Moment, 25 sind drei Punkte vom Raider. schon ganz cool da ein bisschen hoch zu pushen es ist super interessant das spiel hat so viel entwicklungszeit gehabt mal sehen was dabei rumkommt da fehlt mir das können ach da können wir jetzt inzwischen auch eine miliz ausbilden ich werde es noch die legionstruppe an der seite machen dann müssen wir auf jeden fall mal die die festung hier oben erobern weil wir sollten jetzt mal nach norden tendieren und wenn es sein muss dann müssen wir in c7 wirklich die leute da rausholen also die kommunisten die mine im moment für sich beanspruchen weil ich werde mit einer mini nicht mehr auskommen mit den geldern könnt ihr euch hier ausruhen nein dann geht noch mal eins zurück ich muss auch mal in die notiznummer reingucken jener gilbert bietet eine belohnung für die tötung von flay wie sage ich mich mit dem flay mal zu den wildern zurückgehe verlassen ist anwesend da muss ich ja noch einen holen das grimmerdorf da haben wir gehört dass eine eine virus erkrankung ausgebrochen ist die leute in landsbach erwähnen immer wieder was von die panther gröder waren wir noch nicht bei der old diamond minium k10 sind bewaffnete männer die vorgeben zur nachtschicht der bergleut zu gehören ich fühle mich wieder führung 31 du bist ein guter trainer raider dann gucken wir mal was das was das hier auf sich hat ich habe einfach mit leuten geredet im sektor mit dieser nacht schicht müssen wir wahrscheinlich auch warten bis es nacht ist in dem bereich das sage ich ganz cool du redest einfach mit irgendwelchen leuten und dann grüßt die informationen so warum sollten jetzt noch leute hier auftauchen die sagen wir uns zur nachtschicht gehören wenn ich die mine übernommen habe immer diese arbeitnehmer sie immer geld für die arbeit haben wollen skandalös einfach mal kostenlos arbeiten oder sogar mir geld geben dafür dass ich den arbeit gebe ein arbeitnehmer bringt doch immer das ist die 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 Es ist gut, dass du einen richtigen Job haben möchtest. Viel besser, als dass du mit den Gammels, die auf den Riverbanks steigst. Das letzte Mal. Ein großer Pirat, der in einem amerikanischen Battleship hat fast gescheitert. Die 50 Amerikaner, die du gesehen hast, sollten die Füße von dir sehen, wenn die Füße von dir die Füße krummeln. Nicht, dass ich mich überraschende. Aber, wie kann ich ihre Minderung für eine verdammtungsbedingte Gebäude bauen? Du, du hast meine volle Unterstützung. Da ist die Nachtschicht. Nicht mehr zu gehen? Um, Michael hier. Ah. Aha. Ich gehe. Ah, guten Abend, Boss. Wir machen nur einen Job. Wir fangen an den Sturz. Nicht uns. Hey, dummer Schatz. Lass die Gammels. Klar. Okay, ich muss bei den Führungschecks machen, weil die gehören ja nicht zu mir. Ich bin bereit, um was zu tun. Ich glaube, Kalina hat den besten Führungscheck noch immer. Oh. 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 Ach. Wenn du mich fragst. Der Präsident ist bereits tot. Weebop wissen, du bist nicht hier, um den Präsidenten zu retten. Du bist vor der grönen Diamant, wahr? nachdem die Leanderedung kam, die Gewehrte in die ganzen Aufmerksamkeit. Shit, ich glaube ich habe das verkackt gerade. Weil die haben die Waffen weggesteckt. Okay, irgendein Voodoo-Typ. Ist schon geil, dass du neue Informationen bekommst. Da müssen wir einmal noch mal hin und her reisen. Da muss Kalina es nochmal versuchen mit der Nachtschicht. Hast du Ordnung? Klar, wir kommen da. Ja? Am selben Abend geht das nicht, okay. Dann müsst ihr euch erstmal beschäftigen. Ich habe gelernt, neue Dinge, Glavni. Zeit für eine Studie-Break. So, einen K-11 waren wir schon drin. Dann lass uns den Legionstrupp hier unten angreifen. Und da unten rechts ist ja auch noch irgendein Lager. Mitten im Wald. Coffee. Und da unten ist ja auch noch ein K-11 war. Gut. Ihr macht das super. Aber irgendwie habe ich auch den Reiz, wenn ich durch bin, das nochmal mit Iron Man Mode zu spielen. Egal wie schwierig das zwischendurch mal war. Da ist alles okay. Damit Schrei-Counter? Es wird gar nicht so einfach sein. Es wird gar nicht so einfach sein. Es ist okay, wenn ihr uns jetzt entdeckt habt. Kommt uns wenigstens ein bisschen entgegen. Und viel haltet ihr anscheinend auch nicht aus. Kann man zwei Truppen gleichzeitig in einem Sektor, also sie können gleichzeitig im Sektor stehen und dann kannst du auch hier oben umschalten zwischen den beiden Truppen. Soweit ich das gesehen habe, wenn der Kampf zum Beispiel wäre. Aber das habe ich bis jetzt nicht mit zwei vollen Truppen versucht, sondern nur mit halt, du hast halt im einen Trupp zwei Leute oder eine Person. Und dann geht das ohne Probleme, aber... Muss man vorher Jacket Alliance 2 gespielt haben? Nein. Es spielt zwar einige Jahre nach Jacket Alliance 2, aber es ist ja ein ganz anderes Land. Ein ganz anderes fiktives Land. Dann komm mal hier jene. Also die Autoshotgar mal ausprobieren. Ich dachte, er hat die falsche Waffe ausgerüstet. Idiot. MD-Präsident. Ich denke, ich kann, du weißt, sie holen. Das war fast so gut, als ich es hätte getan. Huh? You mean over there? You must be well groomed for battle. Oil up those muscles. Bad Problem. Moving. Ähm, stat. Am Anfang habe ich leider immer ein bisschen Fehler gemacht, da ich die in Hight gehalten habe. Dadurch sind die natürlich langsam am Laufen gewesen. Weil dann schleichen die ja. Bonne, komm! Okay. Sieg. da ist doch schon ordentlich wobei ich habe irgendwie gedacht dass der schuss anders wäre also in drei schüsse mal 39 schaden das ist schon ordentlich wir wollen stehen jeden automatisch auf danach ich habe nicht geguckt ob es heute im patch gab auf zum atem ich war jetzt genau ich kann es nicht öffnen ich meine es ist lockt nicht so dass du das Pst, be quiet now. Talk to the hand. The head don't want to talk to you. Wir haben gar keinen Loot gehabt übrigens. We'll get there. If there is a Fedora, it is mine. Let's go. I have learned the new things, Glovny. Time for study break. We need to look around this place. Be sure to know. Ready for action. Sure. Someone up ahead. Das sind aus... Das sind Marodeure. As you wish. As you can say, Charles, living in harmony with nature and eating only healthy food like those tasty mushrooms you've just tried will increase your life expectancy to 62%. Do you have any questions? Uh... You sure those shrooms were safe to eat? Of course they are. They are gifts from Mother Nature. Anything that is natural is good for your health, right? I don't know, man. I have a funny feeling in my stomach. Ah, you see? That is how fast good natural food will make you feel better and younger and full of energy. But I don't need to be any younger. Yes, but your organs need to be cleared of toxins. These mushrooms are known to have a detox effect of 178%. That's a lot, I guess? Absolutely. Considering the junk food you young people seem to be eating all the time. Well, I've definitely never had mushrooms like these before. And you never will again. The mushrooms like these are eaten once in a lifetime. I mean, they are quite rare. I don't feel very well. My stomach hurts like hell. And those mushrooms must be poisonous. Hey. This fucker is trying to kill us. All right there, all right there. I will fuck. The prey will not see me. It is a shame they will not be able to watch me move. While I'm there. Oh! Ich habe die Pilze wieder aus euch raus. Oh, Flay hat Stufe 6 erreicht. Oh nein, er überlebt, aber Iga kann auch einen Schuss machen. Komm, wir machen einen sicheren. Auf der Achse ist Blut. Bringt mehr über den Eins in deinen Erfahrungen. So, ich habe nicht darauf geachtet, dass Flay ja auch in der Lage ist ein bisschen Medic zu machen mit 50. Die Daten auf dem Diagramm stehen anscheinend für Todeszahlen. Manche Kräuter haben Heile Eigenschaften, andere sind giftig. Zu wissen, welche ist wichtig. Man wird ja wohl noch Leute mit Pilzen vergiften dürfen, ohne behelligt zu werden. Um, wir gehen, richtig? Grandmommy Gontarskis, es ist ein Schmerz von oben. Ich bin stärker und besser als immer. Ich bin stärker und stärker als immer. Verschlossen, Steroid, komm her. Let's go! Heading out. Noch ein bisschen in der Umgebung umsehen bevor ich mit dem rede. Aber der hat einen Zen-Garten. Ich glaube, ich habe hier etwas gefunden. Ähm, Michael hier. Mandalas sind der Schlüsse zum inneren Frieden, besonders wenn man als Life-Coach jeden Menschenunterricht, den man gerade vergiftet hat. M.D. Present. M.D.: M.D.: Mr. Peng Gloom. Den Namen haben wir aber auch schon mal gehört. Sieht aus wie Hippie Weihnachtsmann. M.D.: Möchtest du aus wie Pilze sammeln für dich? M.D.: Möchtest du aus wie Pilze sammeln für dich? M.D.: Das ist war nicht der erste Ärger, mit dem du fertig geworden bist. M.D.: Der Rachegeist des Waldes. Die haben so coole Charaktere hier immer zwischendurch. Was mein CEO? Hast du für Adonis gearbeitet? Oh, du kennst sie. Das Geld gibt für die Diamantenminen, die wir zurückerobern. Da gibt es ja auch irgendeinen Storyplot, das nicht so ganz koscher ist, was da läuft. Jetzt habe ich keine Pilze mehr für ihn sammeln. Du zuerst. Das ist ja nicht so schrecklich. Also nicht so schrecklich. Aber dann mein Stomach ist ziemlich nahe mit den Gästen der Mutter Natur. Ich werde nie immer schwach von meinem Stoß. Es ist wirklich schrecklich. Und dieses Stoß ist, ähm, spicy in einer sehr, ähm, transcendentalen Weise. Das Stoß macht dich zu sehen und, ähm, siehst du in der Welt. Gott, meine Hände sind großartig. Es ist von komplett naturalen, non-GMO, glutenfreien Ingredients. Klar. Dann essen wir den jetzt. Oh, wir kriegen EP dadurch. Geisteserweiterung. Bist du Kräuterkundler? Ja. 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 Wir wissen, welche Kräuter sicher sind. Ich denke mal, das ist eine andere Zeitschrift vom Medics Skill zu steigern. Okay, uns geht es nicht ganz so gut. Erhöht die Gesundheit. Ich denke, Steroid kann ich nicht noch höher ziehen. Aber irgendwie schade, dass dieses Pilzzusammelding jetzt nicht mehr da ist, weil das sah aus wie ein Auftrag. Oh, jetzt muss ich wirklich zwölf Stunden hier rumhängen, während ich high bin. Okay, dann ist das so. Ich habe gelernt die neuen Dinge, Glavni. Zeit für den Studium. Steroid hat zuerst die Pilze verkraftet. So, die sind auf dem Weg hier runter. Da haben wir nur noch vier Miliz drin stehen. Ach, die kommen wieder über die Docks, ne? Und da erwartet auch ein Angriffstrupp schon drin. So, ihr beide seht euch jetzt so gut, dass ihr bestimmt eine Milizausbildung innerhalb von 14 Stunden hinkriegt. Das ist doch krass. War ich in dem Sektor schon? Toll, die heißen, alle Sektoren heißen hier großer Wald. Ah, hier waren wir drin. Gut. Camp Hope. Let's move. Status report. Sektor operations done. I think this place is more than hits. You have order? Entkommender Patient. Let us look at that. You cannot play ball, Constables. It is only for us to play. Wait. I'd rather die than go back to the sanatorium. Anyway, it is just a matter of time. Sanatorium. Ah, hier kommt alle aus in der Nervenheilanstalt. I hope there is some protein powder in here. You are still a human being if you can play. D'accord. Aber sollte es hier nicht jemanden geben, mit dem ich vernünftig sprechen kann? Let us see what needs to be found. The game is all there is. The cadavres don't play. Let Ozzy have some time. Only humans play. Spirits know he deserves it. Ozzy taught us what to do. The spirits speak to Ozzy. The spirits know their business. It's only a matter of time. Spirits bless Ozzy. Okay, da ist ein regloser Körper drin. Äh. Somit ich nicht interagieren kann. We're moving. Das war's für heute. Wird langsam voll. Tja, ist anscheinend keiner da, mit dem ich was machen kann. Wie seid ihr ausgestattet? Wie seid ihr? Es ist mit meiner Schaden und Schlafschlag. Das ist ein Stück Schraus. Aber wenn es gut für die Team ist, dann werde ich es benutzen. Wir sind bei 95%, dann macht die Mine 3600 am Tag. Die Miliz ist komplett ausgebildet. Also ist alles erstmal bon. Das ist hunderte Arbeit. Ich hoffe, dass es ein gutes Essen gibt, wenn ich fertig bin. Hm. Dann entspann dich mal, Raider. Du solltest sie verdienen für 10 Dollar. Mein Gott, du trinkst wahrscheinlich nur Wasser in der Bar. Sich ein bisschen zu erholen. Menschen dürfen Menschen essen und bleiben sie dabei vegan. Da ist nicht eine Frage, ob die Menschen natürlich vom Baum gefallen sind, als sie gestorben sind. Das ist gut. Sehr gut. Los geht's. Wie geht's. Wir gehen. Hier auf der anderen Seite ist eine Falle. Ich sollte es nicht arbeiten. Ja, okay. C'est parti. Okay, mit euch kann ich nicht reden. Ihr sitzt halt einfach hier rum. Ihr seid Waldarbeiter. Guten Tag, Max Mustermann. Wenn wir jetzt noch eine Max Musterfrau finden, sind ja alle da. So, gerade hat da jemand gefragt, warum Geld jeden Tag abgezogen wird. Und du siehst halt eine Einkommensverbrauchsrate. Von 6.000. Die 6.000 sind die Kosten für deine Leute. Aber normalerweise solltest du kein Geld verlieren dabei. Oder war es, habe ich jetzt, was habe ich mir das eingebildet? Nein. Oder war es eine Frage auf YouTube? Die Miliz will ja kein Geld. Ah ja, Jimmy. Du hast gefragt gehabt. Ach, die laufen da wieder durch die unnützen Sektoren. Ach, das Krankenhaus ist das Sanatorium. Wo die Leute hergeflohen, also von geflohen sind. Igor Dolvich, ready! Beim Sanatorium gehen merkwürdig und gefährliche Dinge vor sich. Ein Hinweis gesammelt. Richtig angenehmes Gebäude. Wie du möchtest. Lass uns das sehen. Get back in line. Sir, please have patience and get back in line. Sir, what they had. Shoot, shoot the kill. It's an outbreak of the cadavare. Zombie-Ausbruch. Infizierter. Oh. It is luckier there than here, yes? Have a good shot. Ready. Acknowledged. Ready to shoot. That was almost as good as I would have done it. A single shot. Um, why is Flay looking at me like I'm his next prey? I don't like it. Um, yeah. Same thing keeps happening to me. Ready for action. I go to set up my shot. I have good shot of enemy. Die waren erst mal alle, die wir hier sehen konnten. Alright. Ah, noch ein Zombie. Äh, infizierter. Zombies gibt's doch gar nicht. Sind ja nicht im Film. Steigt, die Moral steigt. Mit der Situation angefreundet, Zombies abzuknallen. This is so easy, I'm already bored with it. I make Uncle Yvonne proud with this shot. Oh, we have to clean this mess. I'm sorry, I can't let you win, but the facility is closed by order of Dr. Cronenberg. Dr. Cronenberg. Ist das nicht ein Hinweis schon, dass wir hier draußen Zivilisten abgeknallt haben? Die WHO hat verkackt. Bist du heute schon lange dabei? Nein. Wir sind erst seit 45 Minuten live. Wir haben uns das Anweisungsdoktors gesunde Objekte angeheuert. Wir wissen auch beide, dass die Seuche von hier kommt. Très bien. Verkaufen. Weil wer hat denn so viele Medikamente? Ich glaube, man soll sich die Hände hier abhacken. Gute Nacht, Zelka, beziehungsweise schönen Abend noch, so. Okay, wenn ich an der Wache versuche, vorbeizukommen, kriege ich Ärger. Aber wir können außen rum gehen. Dahinten scheint ein Eingang nach unten zu sein. Es gab mal ein Horrorspiel, wo du auch in so ein Sanatorium rumrennst. Das fand ich richtig heftig damals. Hallo, ihr seid zwar wachen, aber wir rennen doch hier draußen rum. Macht noch hier keinen Stress. Ach, guck mal, der übliche Leichengraben. Let's gehen für einen Gehen. Ähm, wir gehen, richtig? Und da ist kein Hinweis für mich. D'accord. Auf mein Weg. Ich brauche einen Trink. Bereit, um, ähm, zu tun. Leichen der Infizierten wurden für den Abtransport auf einen LKW geladen. Wir gehen? Wir gehen. Okay. Ich werde nicht einen LKW machen. Ja, unter die Erde gehen. Ich hoffe, dass es hier etwas für Drei-Fro-Tier gibt. Dreck für Infizierten. Ah. Der Simpenshot. Dreck für dich. Dreck für dich. Ich hab gut schuppen. Dreck für dich. Dreck für dich. Dreck für dich. Wir müssen uns, glaube ich, hier ein bisschen verbarrikadieren. M.D. present. Um, ja, das gleiche ist immer passiert mit mir. Wir werden diese Zombie-Apokalypse, äh, Infektions-Apokalypse hinkriegen. Warte, bereit. Gehen wir zur Position. Okay, wir machen. Jetzt hat er ihn richtig gut erwischt. Aber nicht gut genug. Oh mein Gott, die Zombies können über Fässer gehen. Oh mein Gott. Ready to shoot. That was a fluke. Ready for action. I make Uncle Yvonne proud with this shot. Oh mein Gott. Oh. Oh. Na toll. Ja, Zombies schlachten bringt die Moral nach oben. Ziehen wir mal ein bisschen AP ab, anscheinend funktioniert das nicht. Achso, Immun gegen Unterdrückung, Blutung, ungenau und flankiert. Also keine Moral, dass der Schuss nichts gebracht hat. Ersticken. Der Charakter allein 30 Schaden am Ende seines Zuges, der Charakter verliert zudem Energie. Oh, da ist ja ein richtig fieser Hit. Dankeschön. Ich fühle mich, dass es gute Magik gibt in dieser Bandage. Klar, wir kommen da hin. Lass uns das anschauen. Klar. Sehe Igor. Es gibt da irgendeine Taste, wo man dann die Sachen einblenden kann. Lager. Pestobjekte Menschen. Die Leichen wurden anscheinend mit Cyanid getötet, bevor die Infektion voranschreiten konnte. Lager. 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 Md present. Vorsicht vor dem Leoparden. Testobjekte Runde. Lager. Lager. Auch verschlossen. Aber Steroid, du kannst hier wieder alles. mit dem Brecheisen aufmachen, anstatt mit dem Schlosserwerkzeug. Bei Türen ist das egal. Oh, da ist Dr. Cronenberg. Ja. Ah. Yes. Go. Das ist das schlimmste. Du nimmst Sachen auf und die werden nicht gemerged mit anderen Sachen. Also Schwarzpaar wird dann nicht automatisch da oben mit reingemacht. Gestapelt. 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 Gedeifchen Leoparden sehen. Gedeifchen Leoparden sehen. shut ready to um I think I can you know get them what you have order I make uncle go on my way ich habe eigentlich gehofft dass wir ein leopard ist we go for glory okay we'll do you got a dog affirmative yeah yes yes huh ready for eggs now open season of buckets we a simple shot I have the villain in my sights my gun is not a magic wand you know that was pretty good for a girl you should be proud of yourself the wicked animal is dead don't touch it animal taken down Igor Dolvich ready of course you can do two 7er shots ready to shoot that could also be enough you can stand before you so we have all the objects completed mit jeder menge cyanide gefüllt who are you why have you murdered my patients ihre patienten sind monster they are people in dire need of medical aid and I refuse to let them die without receiving it so it's okay when they die with medical aid I am doing what I can I am doing what I have to do at the very least I am leaving their pain and not shooting my patients the medical procedures I observed on my way here are in the best case um unsanitary and who are you to tell me how I am to handle my patients if they need to die for the sake of science then they will die and no half baked field nurse can tell me what to do with them and I can order you to be infected as well it is up to the hospital guards discretion to stop an outbreak by any means necessary of course they are dying here people don't go to the beach to die they come to the hospital um that may be statistically true but it is not the actual reason why people go to the hospital sie sind es die die patienten tötet it is not murder when it is done in the name of science the red rabies is no joke it is virulent and deadly and the host spread it through acts of brutal violence i was so close to breaking its genome when i became infected i soon discovered that a blood transfusion from a newly infected host can temporarily hold the disease progression in the interest of expediency it was necessary to infect volunteers to ensure a steady supply of recently exposed blood and tissue this is too much i think i'm gonna be sick i am so close to discovering a cure who will be helped if i die before i complete my research sie können nicht einfach menschen infizieren warum müssen die deutschen immer die bösen sein as doctors our job is to alleviate suffering not make use of it ha tell that to the doctors of both world wars nothing has contributed to medical science more than using human test subjects pfff the herb will be seen the strong will survive and the weak will perish this is nature i need to continue with my experiments or the red rabies will kill me and my research will die with me pfff that means not only will i become just another victim of disease but there will be thousands probably millions more soon after the millions must die the alternative is inhumane well we still have a chance to avoid that fate if we act quickly you must help me with my research with utmost taste before the disease makes that impossible i have said ne machen wir nicht jetzt frage ich was sie braucht i need samples of red rabies strains and mutations from all over the region and i need them fast i will give you a map and i can provide the necessary equipment of course here take these just make sure you put them to good use we are in dire need of medications ourselves all right hurry up and fight we'll do our best in the meantime the hospital is at your disposal please refrain from killing my patients an sich schon eine coole mission as you wish wir haben nur eine woche zeit die ganzen proben für die zu sammeln um oh boy that took some hard work but i'm getting better i'll be a veteran murk in no time i'll be a veteran murk in no time drogenentzug drogenentzug von einem söldner zurzeit haben wir keinen söldner mit drogenproblemen aber carlina muss sich zwölf stunden erholen bevor wir los können am oooom i'll get right on it Boah, haben wir jetzt echt da oben das Ding verloren? Gibt ja nicht. Ich weiß was mich beim trainieren stört so ein bisschen, dass er nicht fragt ob ich noch mal trainieren will, das ist einfach zu Ende und das war's dann. Der Trupp sagt nichts mehr zu mir. Na ja versuchen wir die Seuche will ich mal zu retten, beziehungsweise hinzukriegen. Den Major zur Strecke bringen, die Toten will in das Spukhaus, Grimardorf, das wissen wir mit dem Seuchenausbruch. Im Camp Haupt waren wir ja. Ich habe nämlich selbst jetzt ein Zeitlimit gesetzt. Moment mal, sonst muss ich immer das Ding aufmachen. I-19, J-11, A-16. Boah, E-9? L-18, F-13. L-18, F-13. Ich habe nur noch erinnern. Achso, das hat die markiert hier. Da ist ein Seuchenausbruch. Im Flüchtlingslager. Und da hinten, das schreibe ich doch nicht in 10 Tage. Du kannst einen eigenen Seuchenausbruch erstellen bei Jagged Alliance 3. Ich weiß nicht wo die Information herkommt. Ich habe da auch meinen eigenen Seuchenausbruch erstellt hier oben. Das geht ab sofort. Vom Anfang an kannst du das machen. Du musst genauso wie früher auf die Personalseite gehen. Selbst im Spielverlauf wirst du per E-Mail noch darauf hingewiesen in den Notizen. Also du kriegst eine E-Mail die dir erzählt, dass du einen Persönlichkeitstest machen kannst. Und dann lass uns das gehen. M.D. present. Ich habe nie etwas wie so gesehen. Ähm, Michael hier. Eine Virusprobe. Ich kann dir sogar zeigen, was es ist. Du kannst im Browser gehen und dann gehst du auf die IMP-Webseite. Und in der IMP-Webseite kannst du den Test machen. Den habe ich natürlich jetzt schon gemacht. Und das genauso wie früher der Psychologie-Test im zweiten Teil. Oder du machst halt einfach einen Söldner nach eigenem Interesse und kannst eine gewisse Menge an Skillpunkte verteilen. Let's go for a walk! Ja, okay! Okay! Doch, noch ein Tick besser im zweiten, aber sie haben wieder darauf geachtet, dass das schon für die Persönlichkeitsdefinition ein relativ lustiges Szenario ist. Im Laufe des Spiels kannst du auch weitere Söldner finden auf der Karte, je nachdem wie du dich entscheidest. Weil es sind Söldner von der Merc unterwegs und die kannst du teilweise rekrutieren. Oder teilweise sterben die auch. Warum liegen hier einfach Minen im Nirgendwo? Let's move! Ich habe neue Dinge gelernt, Glavni. Zeit für den Studium. Let's go! Aber einen Rekrutierenden habe ich schon leider verkackt. Da kam ich nicht schnell genug hin, um den zu retten. Ja, Biff. Biff war dann zu weit. Also du... Es kommt ja zwischendurch. Wo ich dann, dass der Notruf sende, das war dann ganz oben. Da waren wir ganz unten gerade. Und der ganze Weg hier war noch voll mit, äh, Gegnern. Und dann konnte ich Biff nicht retten. Let's go for a walk! Das war einfach kacke. Da habe ich auch nochmal zurückgeladen und geschaut, ob ich da die Chance habe. Aber selbst von der Zeit her, das ist alles nicht hingehauen. Ich habe sonst niemanden getötet. Deshalb sage ich jetzt einfach, dass Pierre noch lebt. Wir gehen jetzt. Wir gehen? Wir gehen jetzt. Let's move! Meine Aufgabe ist fertig. Ich nehme jetzt einen mandatoren Mehlabreak. Ich weiß, vier Soldaten sind da schöpft. Wir werden uns auch hier erholen. Wenn möglich. Ich hab' einen. Ich habe einen. According zu den Fairtränen, wir brauchen eine epische Quest. Es wird uns eine große Glück. Ich hoffe, dass es hier ein wenig Protein Powder ist. Na auch. Ich würde sagen, das soll der Nachfolgegewehr werden. Ähm... Die Leuchtfackeln benutze ich eh nicht. Zurück, zurück. Der ist selbst über eine Mine gelaufen. Da habe ich auch wenigstens zu tun mit. Der Schaden wird nicht sehen. Ich bin wie Baba Yaga in der Nacht. Was? Der Schaden wird meine Position verabschieden. Bereit. In meine Sight. Schaut du Ariske. Ich will spot Igor. Ich versuche zu sein. Was? Der Schaden wird. Ich bin hier. Wenn ich klein bin, würde ich von jedem... Ich bin hier. Ich bin hier. Das ist so tief wie ein Spirits in der Wurstehe. Das ist so tief wie ein Spirits in der Wurstehe. Ich bin hier. Ich bin hier. Sie waren gut bei hide-and-seek. Als ich klein war, würde ich von allen schlafen. Das wird ihnen zufrieden. Der Geist wird mich nicht sehen. Hä, wo kommt der denn her? Oho, ich habe gute Schocken. Sie töten immer noch. Entschuldigung, ich sage heute wieder sehr häufig Hä. Wie so ein Hinterwäldler. Hä? Köpfe können explodieren bei besonders kritischen Treffern. Körper können auch zerfallen zu einem, äh, zu einem Brei. Bei Explosionsschaden. Was? Ach, die neue Waffe. Hängt leider. Waren das schon alle hier? Nee, jetzt ist das. Es sind noch mehr da. Bestimmt. Sorry, ich musste mich mal eben kurz ausblenden. Ich muss in der Nase popeln. Natürlich nicht, aber ich habe was anderes geiles zu machen, während ich spiele. Es ist ein Schade, dass sie mich nicht sehen können, mich zu sehen. Gehen. Deshalb steuere ich jetzt die, äh, Einheiten mit... ...meinem Fuß. Ähm, wir gehen, richtig? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles gut. Wir haben wieder ein bisschen Schwein gehabt, weil ich genau an den Minen vorbeigelaufen bin mit den Leuten. Ich will dir sagen, ich bin großartig. Richtig, ich spiele mit dem Knie. Kalina hat verkackt. Die kann er eigentlich gar keine zwei Gegner pro Runde töten. Da fehlen die Aktionspunkte mit der aktuellen Waffe von ihr. Ja? Ähm, Michael hier. Klar. Oh, sehr schön. Hm? Das ist ein Schrapp. Ich würde es abholen und schlagen, aber es könnte weggehen. Ich weiß, was jetzt das Geile ist. Der Zombie wird durch die Tretmine gleich laufen. Äh, der Infizierte. Sag nicht das Setwort! Kalina hat eine ganz schöne Anziehung. Kalina ist hier. Für Untote. Gibt es einen guten Schuss? Du hast Ordnung? Ich habe einen guten Schuss auf den Angehörigen. Ich habe einen guten Schuss auf den Angehörigen. Oh, nur die Schuss, Leute. Wir sollten versuchen, das Ding zu verbrechen. Oder zumindest zu vermeiden. Was? Oh, wieder ein verborgener Zug vom Irgendwo. Ich glaube. Nein, wir werden nicht infiziert. Reden, action! Wir sind gerade unterwegs, eine Heilmittel zu entwickeln. Das ist so eine Nebenquest hier. Ich habe Arbeit gemacht. Ich mache Uncle Liv all stolz mit diesem Schuss. Ich mache Uncle Liv all stolz mit diesem Schuss. Kein Schusser kann sich vor dir stehen. Danke, Army, für dein Prime-Sub. Bad Problem. Ja? Acknowledigt. Ah. Ja. Du meinst da oben? Ich warte, für die verdammten Angehörigen, um ihre kleine Bewegungen zu machen. Ja, scheiße. Aber Igor hat Eifer. Selbst wenn er getroffen wird, kriegt er keinen HP-Schaden. Ah, der Zombie verfehlt eh. Äh, infiziert er. Das ist Trap, sehr gefährlich. Bereit zu schießen. Plopp. Right in Report. Igor ist groß in Killing People. Sehr gut. Ich denke. Was? Bereit zu schießen. War das alles? Nee, es leben immer noch welche. Ich denke. Igor Dolvich. Ready. Hey, Porter. Blanqué, bü. Ah. Igor Dolvich. Ready. Ah. Mein Rücken. Ey. Ey. Blanqué, bü. Das war der letzte. Ah ne. Es sind noch mehr Fallen im Sektor aktiv, okay. Kann ich dir sagen? Ich bin groß an hiding. Lass uns auf das schauen. Quiet. Da ist eine Falle drin. Also haben die die Infizierten eingesperrter mit Sprengfallen an der Tür. Ich versuche, dass sie hidden bleiben. Ich bin durchgeblendet. Sie werden nicht schmerzen. Alles klar. Aber ich sehe nicht, wie sie meine großartige Physik spazieren. Ich schaue in hiding. Weisheitscheck, wann man lesen muss. Äh. Was für ein Bild einer Blumen aus den Wahrheit. Die Kindchen zeichnet eine Schäde an einer Tür. Da ist eine Sprengfalle. Das ist, wie ich die Klinchen herkomme. Das ist, wie ich die Klinchen herkomme. Es ist ein Vierer hier. Und ja, wir haben... Ob ich jetzt den T-Virus nennen würde... Wir haben aber auf jeden Fall einen Virus hier. Wir sehen uns nicht. Wir sehen uns nicht. Wenn ich klein war, würde ich von allen zu schnappen. Ich werde versuchen, zu hidden bleiben. Zweite Probe. Wir sehen uns vor allen Dingen. Ich war nie zu retten. Ich bin wieder auf der Grenzen. Ah, ich war noch nicht gut dran. Ich war immer gut. Einen Stecker? Ja. Ich sollte es arbeiten. Es ist etwas unbekannte hier. Ich wünschte, dass ich einen Job habe. Meine Babusha hat mir gedacht, dass ich hier bin. Moving. Ah! Schmerz ist für wimpy Leute. Was? Ich schicke auf. Okay. Moving. Okay, mit Sprengstoff 50 können wir wenigstens einfache Pfeilen jetzt öffnen. Quiet. Okay. Ready. Moving. Ach, da ist die Treppe nach oben. Komm, wir machen mal ohne Verborgen, weil keine Ahnung, wo der Letzte ist hier. Hier wurde überhaupt nichts gesagt. Der Virus heißt irgendwie Kong-Klar-Irgendwas-Ausbruch. Hat also nichts mit SARS-CoV zu tun. So, alles was da noch angezeigt ist, ist Schrott in der unteren Etage. Irgendwer die obligatorische Leiche im Tümpel. Let us get this safari move. Be quiet now! I am proud. What is that? Prett Gut, keiner tot. Gegengewicht kann mit Nahkampfwaffe kombiniert werden. Ausbalancierte Messer können besser geworfen werden. Noch eine Auge. Ich werde nicht einen Geräusch machen. Das ist, wie ich den Kiel herangehabe. Ich benutze Munition, wovon ich nicht so viel habe. Nein, das ist ja nicht so schlimm. Es ist ja bei denen zum Beispiel nur die Zweitwaffe. Ach, da ist er. Raketenträger. Er hockt in der Ecke, er war bestimmt pinkeln. Eine Karte eines Minenfelds, was sich vor dem Eingang befindet. Kommt immer drauf an, von welcher Seite du kommst. Leiche ist explodiert? Ja, danke. Anzeigefehler. Anzeigefehler. Der Loot explodiert wirklich mit. Ein paar Sachen da drin. Die Behälter ist explodiert, weil ich nicht gesehen hatte, dass da eine Bombe drin ist. Minimi... Oh, Spiele machst mir das nicht leicht, ne? Also es ist wirklich... hart. Affirmative. Certainly. Sure. Ready. Heading out. Ist da gut Alkohol in hier? mit dem Tester. Ist da gut … dass das g6 bei der bundeswehr ausgetauscht wird verstehe ich überhaupt nicht könnten die einfach modifizieren dann wäre die top kombinieren wir mal ein bisschen damit wir den einen anderen schrottfleisch wegkriegen ja gerade eben noch alles wieder aufgefüllt doch mehr hände so ihr müsst euch jetzt eh kurz erholen die müssen wir auf jeden fall reparieren aber dem ist das jetzt nicht so wichtig weil ich die nicht im kampf benutze im moment aber die aux damit die keine ladehemmung direkt haben so machen wir an der stelle erstmal den break für den part und sehen uns im nächsten part auf youtube wieder und ich gehe es pinkeln ich gehe es pinkeln da auf